Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber als ich vor, ich glaube, zwei Monaten oder so meine Roomtour hochgeladen habe, da habe ich euch gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich euch vielleicht irgendwann später noch mal ein Update gebe oder wenn sich irgendwas verändert, dass ich euch quasi dabei mitnehme. Und ihr habt über 300.000 Daumen hochgegeben. Also ich glaube, ihr habt auf jeden Fall Bock. Und heute verändert sich was. Ich will nämlich unbedingt einen Pool haben. Das Wetter ist jetzt seit Tagen so mega gut und ich habe mal geguckt. Im Baumarkt gibt es richtig große Pools, die, glaube ich, auf unsere Balkon passen würden. Und ich will unbedingt jetzt so einen holen und dachte mir, ich verbinde so ein kleines Balkon-Update gleichzeitig mit einem Vlog zusammen. Und, äh, was ist das? Socken. Deine Socken in unserem Flur. Lagen die auf. Ihhh, du bist voll nicht gelaufen. Ja, also ich habe in den ganzen vier Jahren, wo ich, äh, YouTube mache, erst zwei Vlogs, glaube ich, auf meinem Kanal hochgeladen. Abgesehen von meinen, was denn? Bei Steffi, du drehst jetzt Vlogs und keiner will die sehen. Ja, das wäre scheiße. Ihr müsst mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben zeigen, ob ihr Bock drauf habt. Und wenn ich über... Darf ich die Zahl aussehen? Ja, okay. 148.000. 148.000. Okay, wenn ich mehr als 148.000 Daumen hoch auf dieses Video bekomme, dann dreh ich auf jeden Fall bald nochmal einen Vlog. So. Ohne Scheiß, ich bin heute Morgen aufgewacht. Dieser Gedanke war einfach in meinem Kopf, der mir, ich brauche einen Pool und zwar jetzt sofort. Deswegen fahren wir jetzt in, äh, irgendeinen Baumarkt und besorgen einen Pool. Wuhu! Wir sind gerade angekommen und ich habe mir so einen wunderschönen Zettel gemacht, wo die ganzen Maße von unserem Balkon draufstehen. Und jetzt suchen wir die Poolabteilung. Und dann freust du dich? Ja. Ja. Ah, warte, ich habe die Pools gefunden. Tada. Boah, nicht dein Ernst. Guck mal, diesen Pool hier habe ich im Internet schon gefunden. Und ich wollte den eigentlich bestellen, da dachte ich mir, nee, ist egal, ich nehme den Pool jetzt nicht. Dann nehme ich halt einen anderen, weil ich wollte den jetzt sofort haben. Ich wollte nicht warten, bis der mir geliefert wird. Und jetzt gibt es den einfach auch hier. Der ist so geil. Wie hier angelaufen kommt, wie so zwei Babos. Das ist ja voll hässlich. Hä, wieso? Dann können vier Leute da voll chillig drin sitzen. Aber, aber... Guck mal, das Ding ist, wir haben nicht so viel Platz. Wir haben 2,30 Meter. Der darf nicht breiter als 2,30 Meter sein. Und hier haben wir drei Meter bis zur Tür, falls wir den hier in die Ecke stellen. Der passt auch nicht. Der ist auch zu groß. Und das ist schon der kleinste. Der ist ja viel zu groß. Der ist viel zu groß. Ich will einen viereckigen. Der ist viel zu... Viereckig ist viel cooler. Es gibt aber jetzt keinen viereckigen. Okay, warte, 2,29 Meter. Oha, 2,29 Meter. Wir haben 2,30 Meter Platz. Oh, Bianca. Ja, es passt doch. Nein, der dehnt sich dann auch noch ein bisschen auf. Ich habe einen Plan, wenn wir den hier in die Ecke reinstellen. Dann haben wir hier eine Tür. Dann haben wir hier die Tür für den Bereich. Und hier haben wir auch nochmal... Das ist eine Tür. Nein! Das ist eine Tür an Frauen. Nein, das ist... Hier soll jemand noch lang gehen. Nein, hör mir mal zu. Klärt euch dann nachher durch meinen... Psst! Hör jetzt auf, Julian. Ich möchte doch erklären, du bist einfach unfassbar dumm. Wieso verstehst du das denn nicht? Guck doch... Wenn du mich nochmal dumm lenkst, dann werde ich ungünstige Perspektiven filmen. Nein! Da ist eigentlich der Raphael da. Nimm den Pool, Raphael. Wir gehen. Finde ich... Ich habe sie überzeugt. Frauen haben einfach immer das letzte Wort. Ist so. Kann mir jede Frau hier drunter schreiben, oder? Wir haben einfach immer die passenden Argumente, um unseren Willen durchzusetzen. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Julans Schwester kommt nämlich gleich zum Grillen. Wir müssen vorher noch einkaufen. Ich will den Pool noch aufgebaut haben. Entschuldigung, wo finden wir denn einen Gartenschlauch? Das ist eigentlich sehr einleuchtend, Dankeschön. Also, das war richtig peinlich. Das Problem ist, dass wir, wie Julian schon vermutet hat, nicht wissen, welche Schlauchgröße wir brauchen. Als ob ich darüber nachgedacht habe, dass es verschiedene Schlauchdurchmesser gibt. Ich dachte, im Garten ist es halt ein Gartenschlauch. Ihr wisst bestimmt aus Julans neuem Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, wie er den größten Luftballong der ganzen Welt aufgepumpt hat. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox. Und am Ende, auf jeden Fall ist dabei diese Luftpumpe, die wir uns gerade neu gekauft haben, kaputt gegangen. Und er hat die gerade mit so Panzertape repariert, damit wir jetzt unseren Swimmingpool aufpusten, blasen können. Lass es, du spielst gerne hin. Hast du schon gezeigt? Ja, ich hab's schon gezeigt. Ich hab mich schon gut los. Boah, scheiße. Voll die coole Idee. Und dann hättest du nicht so eine coole kreative Freundin wie mich, hätten wir jetzt keine Kuhle. Ja, noch haben wir noch keinen. Was ist das? Das ist ein Loch. Leute, ich hab jetzt einen Schlauch zusammengebaut und jetzt müssen wir gucken, ob's hier draufkommt. Boah, ich habe so Angst, dass es nicht passt. Ohne Scheiße. Das wäre der größte Fail ever. Nein! Nein! Warte. Boah, das kann doch nicht sein. Ah, warte. Das muss ja gar nicht da drauf. Ja! Oder? Nein? Oder? Scheiße. Komm schon. Ich glaube, es passt. Es passt. Wie geil. Ich freu mich gerade so. Ja! Juhu! Hä, wieso kommt der jetzt nicht? Alter! Nein! Sorry! Richtig opfermäßig. Ich habe keine Ahnung, warum, aber aus unserem Schlauch kommt so wenig Wasser, dass die beiden Jungs sich entschieden haben, jetzt mit Flaschen einen Pool zu befüllen. Zeig dir mal. Ja, ich zeig euch den jetzt nochmal. Der sieht einfach so geil aus. Der ist vor allem so riesig. Julian kann komplett drin liegen, habt ihr ja eben, glaube ich, schon gesehen. Wuuu! Ah, ist heiß. Ach so, macht ihr heißes Wasser rein? Hä? Doch, hast du gesagt, wir sollen ausprobieren? Ja, voll die geile Idee, richtig gut. Der Pool läuft immer noch voll und die Bianca, Julans Schwester, ist jetzt gerade gekommen. Die hat sich's da draußen gemütlich gemacht. Was ist das denn für ein Eisflug? Hä? Könnt ihr doch mal irgendwie kaputt machen? Das ist ja voll scheiße. Oh, ist das kalt! Das ist ja... Das ist ja viel zu kalt. Nein, hör auf, bitte! Bitte! Schau doch mal auf, dass... Oh! Oh, das ist... Ah! Bitte hör auf, Julian! Ne, ein Getränkehalter. Wie geil ist das denn? Guck mal, hast du schon den Pool? Zeig mal den Pool hier. Julian, auf deiner Chill-Health-Skala von 1 bis 10, die sind es gerade... Äh, 4. Was? Warum sind denn nur 4? Soll ich auch 5 filmen? Ne, das ist immer noch. Neuer Titel. Wir waren die ganze Zeit im Pool bis jetzt gerade und ich lieg jetzt hier mit der Bianca... Man sieht hier überhaupt nicht, oder? Ja, egal. Auf jeden Fall mit Julans Schwester liegen wir jetzt hier die ganze Zeit und ruhen uns ein bisschen aus und machen einfach mal gar nichts. Muss auch mal sein, oder? Ich hab schon voll vielen Freunden Fotos von dem Pool geschickt und alle haben gesagt, boah, mega geil, ich will sofort reinjumpen. Richtig cool. Leute, wir sind gerade essen gewesen, das hab ich vergessen mitzufilmen, aber wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und wir haben ungefähr seit 10 Kilometern oder so ein Polizeiauto hinter uns, was wir jetzt durchgehen, verfolgen. Ich hab gerade einen richtig harten Fehler gemacht, ich bin auf die andere Spur aus der Segen gefahren, um Fahrrad zu überholen. Um Fahrrad zu überholen. Alter, die ohne Scheiß, die sind uns durchgenommen verfolgen, ne? Die sind in unserem Alter, man. Die kleben so an uns dran. Ich hab ja gefragt, ob die Bock auf eine Party haben. Oh, 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 jetzt leuchten sie. Ja, jetzt stopp. Wir werden angehalten. Ich jetzt? Ja, natürlich, du. Seht ihr das? Seht ihr, dass es leuchtet? Oh mein Gott, wie schlecht. Polizei, das haben wir nur angestellt. Halt an der Cover die Kamera. Okay, warte, ich halte jetzt an der Cover falsch rum. Hallo. Hallo. Jetzt kommen wir, die haben einmal Führerschein, Fahrzeugchein, vor dem Ballfahrer einmal einen Ausweis gehabt. Ja, da haben wir Fahrzeugscheinen. Ach so, sorry. Okay. Können Sie sich mal um den TÜV? Ja. Der ist seit drei Monaten abgelaufen. Dankeschön. Okay. Echt jetzt? Ja. Kostet eigentlich auch Geld. Schönen Abend. Danke Ihnen so. Als ob. Als ob. Als ob, Leute. Unser TÜV ist seit über drei Monaten abgelaufen und wir wussten es einfach gar nicht. Die waren richtig lieb. Die haben die ganze Zeit so das Auto umleuchtet und so. Die eine so, was machen wir jetzt mit denen? Hat die gesagt? Oha, voll lieb, dass die uns haben fahren lassen. Ich sag auch noch zu Bianca, sie halten es 100% an. Ey, wie krass, Mann. Ich mache einmal in meinem ganzen Leben einen Vlog, ja? Und jetzt wird er einfach von der Polizei angehalten. Fisch. Was? Ja, vor allem habe ich es auch noch angekündigt. Den TÜV kriegen wir nie mehr rein. Der ist ja total Schrott. Der wagen sie auf, wie du den gegen die Wand gesetzt hast. Willst du mich verarschen? Der ist überhaupt gar nichts Schrott am Wagen. Die Bibi ist locker viermal gegen die Wand gefahren. Überhaupt nicht. Also nicht schnell. Immer so beim Einpacken so. Buff. Gestern. Gestern im Stau ist sie im Auto hinten drauf gefahren. Da war aber so eine lange Stange. Die Frau dreht sich herum und sagt, ah, fahren sie weiter. War irgendwie noch, ah. Ups. Kann ja mal passieren. Wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag. Ich war gestern so müde. Wir wollten eigentlich noch voll viel machen, aber ich bin einfach eingepennt. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch einmal abschließend den Balkon, wie der jetzt aussieht und was sich alles so verändert hat. Wenn man rauskommt, haben wir hier immer noch die Ecke mit dem Sitztisch. Mit dem Sitztisch. Mit dem Esstisch meine ich natürlich. Hier steht der Grill. Und wenn wir jetzt hier gerade auslaufen, hat sich hier auch nicht wirklich was verändert. Hier steht einfach gar nichts. Das war vorher auch so. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung laufen, ist hier unsere Palme mit dem Pool. Oh mein Gott, das sieht einfach so geil aus. Da stand ja vorher diese Lounge. Die mussten wir wegstellen. Die steht jetzt, wenn wir einmal hier dran vorbeilaufen. Auf der Seite. Da sind die liegen mit der Lounge hinten durch. Ich finde das ist auch so geil. Das sieht einfach so hammergeil aus. Und ich finde das auch viel chilliger. Jetzt ist nämlich die Lounge hier hinten in der Ecke. Und es ist voll der Sichtschutz zu unserem Nachbarn. Da war vorher halt alles frei und da ist ein anderer Balkon noch. Und jetzt kann man einfach mega geil hier chillen und hat einfach seine Ruhe und wird von niemandem mehr gestört. Ich finde es mega cool so. Ich bin mal gespannt, nach wie vielen Tagen wir das erste Mal das Wasser ablassen müssen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie wir das Wasser ablassen sollen. Ich werde euch auf Snapchat dabei begleiten. Also folgt mir auf Snapchat, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich blende euch hier mal meinen Namen ein. Bibis.beauty heiße ich da. Und sonst würde ich sagen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, einfach mal so einen Tag von mir mit der Kamera zu begleiten. So einen random Tag eigentlich. Ich hoffe es war auch cool anzuschauen. Wenn ja, unbedingt Daumen nach oben. Ihr wisst bei, ich glaube 148.000 war es oder so, werde ich einen neuen Vlog drehen. Jetzt verlinke ich euch noch ein Julians neues Video. Er hat auch heute ein neues Video hochgeladen. Das gibt es hier auf der Seite. Er testet mit meinem Cousin Raphael die perversesten Dinge, die es so zu bestellen gibt im Internet. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch unsere Roomtour. Tatsächlich hat sich in der kompletten Wohnung einfach gar nichts geändert. Das Problem ist einfach, dass wir seit über 10 Wochen auf unsere Liege im Wohnzimmer warten. Und wir haben irgendwie noch keine schönen Bilder gefunden, die wir an die Wand hängen können. Und sonst ist eigentlich auch alles schon so gewesen, wie wir wollten. Hoffentlich seid ihr auch bei meinem nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Gebt euch ein Küsschen und sage Tschüss. Tschüss.